Robert Becker ist bei uns einer der Oberbeeren. Herzlich willkommen, Herr Becker bei uns im Studio. Was machen denn Sie so anders in der Nachwuchsarbeit als andere Vereine? Ja, zunächst mal ist die Nachwuchsarbeit eine Catch-Tradition. Jahrzehntelang, muss man schon fast sagen, waren die Catcher Beeren die Nummer eins hier in der Region und haben auch beim Frauenhandball eigentlich die Grundsteine gelegt hier in der Region. Und das hat Tradition und verpflichtet uns auch weiterhin eben sehr viel für die Jugendarbeit zu tun. Das machen Sie? Machen Sie gut? Machen Sie erfolgreich? Haben Sie Sorge, dass Ihre erfolgreichen und guten Spielerinnen mal abgeworfen werden von anderen Vereinen? Ja, die Sorge haben wir durchaus. Allerdings gibt es ein Sprichwort in Catch, das heißt einmal Bär, immer Bär. Das heißt also Spielerinnen, die auch weggegangen sind, auch Nationalmannschaft gespielt haben, haben immer noch die Tendenz, auch wieder zurückzukommen. Also wir sehen das natürlich mit etwas Skepsis generell, aber wir glauben, dass wir hier immer wieder neue Talente nachschieben können, die dann ihren Weg in der ersten oder zweiten Mannschaft machen. Warum eigentlich Bären, nicht Bärinnen, haben wir uns gefragt? Das ist eine gute Frage. Da muss ich die Altvorderung den Catch fragen, weil wie gesagt Catcher-Bären, das gibt es schon immer. Und wir haben eben die Kurpfalzbären daraus gemacht, einfach um mehr Anspruch zu erheben, auf eine Großregion. Jetzt sind Sie derzeit mit Ihrer ersten Mannschaft in der zweiten Liga Tabellenführer. Ist der Aufstieg das Ziel? Ich habe es am Sonntag schon so kommentiert, wir sind eher aus Versehen Tabellenführer, weil wir hatten also vor der Runde doch relativ starke Bedenken. Wir hatten ein Riesenauftaktprogramm mit drei Auswärtsspielen. Wir haben keins verloren, diese drei Auswärtsspiele. Wir haben ein Spiel zu Hause verloren gegen den designierten Meister, muss ich sagen. Haben jetzt ein tolles Spiel gemacht am Samstag. Ich weiß nicht, wohin der Weg führt. Wir haben uns auch keine großen Ziele gesetzt, sondern wir sagen einfach, wir wollen von Spieltag zu Spieltag uns steigern. Wir wollen von Spieltag zu Spieltag besser werden und wollen uns auf jedes Spiel optimal einstellen. Und was dann am Schluss rauskommt, wir werden sehen. Diesen Wochenende geht es schon wieder weiter? Geht es schon weiter, ja, in Trier. Und genau da zeigt sich auch der Unterschied. Während die Trierer Mannschaft weit mehr als die Hälfte aller Spielerinnen aus dem Ausland stammt, kommen bei uns eben 80 Prozent aus der Club Pfalz. Viel Erfolg für die ganze Saison, Herr Becker, und grüßen Sie Ihre Bärinnen in Ketsch. Die Trierer Mannschaft 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 Untertitelung des ZDF, 2020